Wie nah waren die deutschen Wissenschaftler an der Atombombe? Nachdem Otto Hahn und Fritz Strassmann 1938 die Kernspaltung entdeckten, wurde 1939 der sogenannte Uranverein gegründet. Mitglieder waren auch Werner Heisenberg und Kurt Diebner. Der Verein sollte die Nutzung der Kernenergie auch deren militärische untersuchen. Es gibt Erzählungen, das Deutsche Reich und die USA wären an einem Kopf-an-Kopf-Rennen darum, wer die Bombe zuerst fertig stellt. Im Gegensatz zu den USA gab es in Deutschland zudem nie den konkreten Auftrag, eine Bombe zu bauen. Man dachte, den Krieg schnell zu gewinnen und eine sogenannte Wunderbombe gar nicht zu benötigen. Viele Mitglieder des Uranvereins wurden nach dem Krieg in England interniert und wurden abgehört. Als sie von Hiroshima und Nagasaki erfuhren, waren sie überrascht. Was als weiteres Indiz gedeutet werden kann, dass die deutschen Wissenschaftler bei weitem nicht so nah an der Bombe waren, wie weitläufig angenommen.